Musik Ja, also ich fange heute mal an und zwar direkt mit einem Vortrag über Präastronautik, Schrägstrich Rätsel der Vergangenheit und zwar auf der Jagd nach dem Nifilim, vom Himmel in die Hölle, vom All nach Patagonien. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Und zwar werde ich als erstes mal eine Frage stellen. Was versteht man heute unter dem Stichwort Nifilim? Vielleicht haben das einige von euch gehört, so ein paar Wortmeldungen, so schnell. Keiner hat was von gehört? Ja, das wird schon interessant, weil ich genau darauf eingehen werde, auf die Herabgekommen. Ja gut, also es ist ein biblischer Name, Nifilim, aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose. Und wenn wir eine Frage haben, fragen wir natürlich als erstes Google. Google weiß natürlich bekannt nicht alles. Geben wir da bei der Google Bildersuche Nifilim an, erhalten wir solche Bilder hier, die oftmals mit Photoshop gefälscht wurden, nicht aus bösen Absichten, sondern eben weil die zeigen wollten, wie schön wir mit Photoshop umgehen können. Hier habe ich mal eine Meldung von meinem Blog gesetzt, dass Google jetzt Pseudowissenschaftlichen Kampf angesagt hat. Und zwar will Google ein System programmieren, das bei der Suche nach irgendwelchen Begriffen auf der ersten Seite von Google nur seriöse Wissenschaftstreffer dargestellt werden. Googlen wir also nach Nifilim, erhalten wir nur theologische Seiten und Interpretationen als Suchergebnis und keine, sagen wir mal, Präastronautikseiten. Das möchte dann Google mit seiner Macht durchsetzen. Ob sie es schaffen, ich glaube es nicht, aber man weiß nie. Ja, wenn wir uns mit den Nifilim befassen, fragen wir natürlich nicht Google, sondern fragen am besten mal Moses. Denn im ersten Buch Moses, Kapitel 6, Vers 4 werden sie genannt. Das ist hier der unten, dieser Vers. Und zwar wird dort in den kurzen Zeilen berichtet, dass irgendwie die Söhne Gottes vom Himmel kamen, sich den Menschenfrauen näherten, mit ihnen Sex hatten und daraus entstanden Riesen. Und dieses Wort Riesen, was ich hier rot markiert habe, sind eben diese Nifilim. Ja, ich habe sehr viele Folien, deshalb werde ich auf jede nicht allzu lange eingehen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig zu erwähnen. Dieser Text, eine Bibel hat jeder zu Hause, ist natürlich seit Anbeginn der Präastronautik in der Diskussion. Hier oben habe ich mal Pro-Präastronautik-Bücher, seht ihr eigentlich auch die Maus? Genannt und unten die Skeptiker-Bücher von damals aus den 60er, 70er Jahren, natürlich Erinnerung an die Zukunft als erstes. Und da ging es auch schon um die herniedergestiegenen Gottessöhne, die sich mit den Menschenfrauen einließen und Riesensöhne zeugten. Ja, die Skeptiker sagen, das Thema Nifilim hat einen endlos langen Bart oder ist ein Themen-Zombie. Das heißt, es entsteht wieder auf, er steht ständig und es ist einfach out, das Thema. Es ist ausgelutscht, es hat nichts mit Engine-Alien zu tun und ist blöd. Und das ist heute der Begriff Zombies oder eben hat einen langen Bart bei den Skeptikern. Aber ich zeige in diesem Vortrag, dass es eben nicht so ist, dass dieses Thema, auch wenn es 50 Jahre alt ist und natürlich noch älter, wenn wir die Bibel nehmen, natürlich nicht ausgelutscht ist. Ja, und zwar gibt es einen inzwischen richtigen neuen Kult um das Thema Nifilim, Riesen als Mischung aus gefallenen Engeln in Anführungszeichen und Menschenfrauen. Hier oben habe ich mal so einen klassischen gefallenen Engel, das ist aus einem Film, Jack and the Giants, so ein Hollywood-Streifen, das ist aus Noor. Das kennen wir auch alle. Und aktuell, das hat mir die Isabelle gerade ausgeliehen, eine Buchreihe, Chroniken der Unterwelt. Ich kenne sie selber nicht, eine Romanreihe, das ist sehr erfolgreich. Das ist, glaube ich, das sechste Band. Und da geht es darum, dass ein Engel vom Himmel kommt und mit einer Menschenfrau ein Kind zeugt. Und das ist eben ein Mischwesen, ein Nifilim, so wie es in der Bibel beschrieben ist. Also, Sie sagten ja gerade, vom Himmel Gekommene, das sind eigentlich die Kinder der vom Himmel Gekommene, wenn wir es genau interpretieren. NFL ist semitisch und bedeutet tatsächlich fallen und herabkommen. Aber ich gehe gleich nochmal näher darauf ein. Ja, da gehe ich gleich nochmal näher darauf an. Aber das ist teilweise ein Widerspruch. Hier habe ich aber jetzt erstmal die neueste Kreation aus Hollywood, das soll einer der Nifilim sein. Das ist aus dem Film Noor, ich weiß nicht, ob hier einige gesehen haben. Eben eine Art Monster. So, ist gerade auch Ansprachen so. Nifilim, gleich Anunnaki, kennen wahrscheinlich viele von Zechariah Sittin, gleich außerirdische Fragezeichen. Das ist, obwohl Zechariah Sittin sein Buch mit diesen Anunnakis 1977 schon veröffentlicht hat, das ist hier unten mal abgebildet. Immer noch ein Thema, aktuell kann das hier von Michael Tanninger, die afrikanischen Tempel der Anunnaki. Anunnaki sind diese lustigen Gestalten mit den Hörnern auf dem Kopf, das sind auch syrische Rollsiegel. Und zu diesem Thema hat sich inzwischen ein richtiger Kult, ein Eigenleben entwickelt in Sachen Anunnaki, in Sachen Nifilim, riesengefallene Engel. Da gibt es im Internet tatsächlich die verschiedensten Spekulationen, aber auch in gedruckten Papierbüchern, so wie dieses hier, was natürlich kein Sachbuch ist. Aber da heißt es, die Nifilim sollen sein entweder diese Anunnaki, diese Ancient Aliens, die vom Himmel kamen, oder Astronautengötter, also quasi dasselbe, riesengefallene Engel, Dämonen, außerirdische Schöpfer, sprich Alienwesen, die die Menschheit erschaffen haben, oder natürlich eine Mischung aus allem. Und ganz unten der Punkt ist interessant, die Skeptiker sagen natürlich, das ist alles purer Unsinn. Und das wird als künstliches Geschäft, künstliches Thema am Leben erhalten, um eben Cash zu machen. Als abschreckendes Beispiel, so muss ich es nennen, habe ich diese beiden Bilder eingefügt. Das ist eine Flasche von Nifilim Anunnaki Gold-Extrakt, die man bei Ebay für 120 Euro kaufen kann, um sich halt dem Göttlichen zu nähren. Gibt es auch als Set, das habe ich tatsächlich zufällig vorgestern mal gefunden, plus Porto. So ein kleines Fläschchen. Aber aus den USA, obwohl es in Deutsch drauf stand, aber bei einem der Händler war, stand Amerika. Ja, und jetzt, warum die Nifilim keine Götter-Astronauten waren, sondern eher deren Nachkommen. Wir müssen natürlich jetzt einfach mal die Spekulation vorausstellen, dass es tatsächlich Astronauten der Vorzeit gab, wo ich persönlich davon überzeugt bin, wahrscheinlich auch viele der Anwesenden hier. Aber wir haben in der Genesis, im sechsten Kapitel, haben wir die Verse, Da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren und nahmen sich von all denjenigen zu Weibern, welche ihnen gefielen. Die Riesen waren auf Erden und jeden Tag, und zwar daraufhin, dass die Söhne Gottes, also eben die, die wir als däniken Fans als außerirdisch interpretieren, zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen gebaren. Und das ist jetzt in anderen Übersetzungen etwas verwirrend. Ich habe hier vier verschiedene Bibelausgaben, ich weiß gar nicht, ob das da hinten auch alle lesen können, was ich da so dran projiziere. Und zwar sind sie, im Kern haben sie alle die gleiche Aussage, dass diese Gefallenen, dass diese Engel, diese Söhne Gottes, dass diese herniederstiegen vom Himmel, sich Menschenfrauen nahmen und diese Menschenfrauen diese Riesen gebaren, eben diese Nephilim. Da gibt es dann erstmal ein Problem, natürlich mit der Auslegung und mit der Interpretation dieses Wortes Nephilim an sich. Gerade lachten sie ja von NFL, das ist vom Semitischen, fallen, herabsteigen, herniedersteigen, so als Wurzel. Dann gibt es aber auch noch die Wurzel, die habe ich hier als zweiten Punkt, glaube ich, ja. Nephil gleich Missgeburt, Fehlgeburt, was wiederum auch interessant ist, denn es sollen ja Mischwesen sein aus diesen göttlichen Engeln und Erdenfrauen. Und da gibt es Berichte auch in der Bibel, dass diese Riesen eben sechs Finger zum Beispiel hatten, aber es gibt weltweit auch andere Überlieferungen und Indianersagen mit anderen anatomischen Besonderheiten, zum Beispiel eine zweite Zahnreihe, also das ist für uns völlig unbekannt. Es gibt aber tatsächlich, das fand ich ganz interessant, Zahnwachstum, dass Zähne hintereinander liegen können. Also nicht so, sondern in einer zweiten Reihe, aber nicht komplett im Unterkiefer. Ja, Riesen werden, so werden sie interpretiert in der jüdischen Auslegung, als dumm und unbeholfen interpretiert. Warum? Das erste ist natürlich der, deshalb diese beiden Bilder, David gegen Goliath. Goliath wurde geschlagen von dem kleinen David, nur mit einer Steinschleuder, das so interpretiert hat, den jüdischen Rabbi, also war er dumm. Also möchte ich mich jetzt mal nicht anschließen. Ja, also der zweite Stamm als Nefel, als Missgeburt, Fehlgeburt, würde ja, wie ich gerade sagte, tatsächlich irgendwie schon passen durch so ein Mischwesen. Ich werde gleich sogar noch ein paar angebliche Knochen davon zeigen. Ja, aber die Auslegung, also die, das klickt sehr schnell. So, die Auslegung der Rabbiner ist jetzt besonders interessant. In diesem Buch, Die Sünde der Engel von Dr. Claudia Losgang, eine Theologin und Bibelexegese, die hat die Mitrasch, also die biblische Interpretation der ersten Bücher Mose, der Rabbiner, der Juden, mal genau analysiert. Da heißt es dann, erstmal sind die Frauen an der Sintflut sowieso schuld, weil sie eben hübsch waren, weil sie schön waren. Das wird in dem Mitrasch behauptet. Und weil die Frau suchte, ihren Gemahlen zu gefallen, ein Großer ging zu ihr und beschlief sie zuerst. Also bevor eine Erdenfrau heiraten durfte, musste einer der Riesen kommen. Ja, dann besonders interessant, das habe ich hier rot markiert, ich überschlage das hier mal. Die Niphelems sind nach dem Mitrasch nicht identisch mit den Fehlgeburten, und wie ich gerade sagte, dass diese Niphelems eben die Mischung aus den Engeln und Menschenfreunden sind, sondern die Verursacher derselben. Ja, und da ist natürlich jetzt wieder, wie deuten die das, wie interpretieren die das, was sagen die Rabbiner dazu und, naja, schwer nachzuvollziehen. Wenn man allein das Alte Testament nimmt, kommt man auf solche Schlussfolgerungen nicht. Ja gut, das ist bekannt, was dann alles passierte, als angeblich die Riesen auf Erden waren. Es kam zum Ende ein Fleisches, zu dieser Sintflut. Aber ich gehe hier mal darauf ein, warum die Auslegung nicht stimmen kann, dass die Niphelems, die Riesensöhne, die Erzeuger dieser angeblichen Fehlgeburten sind. So heißt es im äthiopischen Buch Henoch zum Beispiel, dass die Menschenkinder halt sich vermehrten, ganz ähnlich wie in der Genesis, und dann die himmlischen zueinander sprachen, dass sie sich Menschenkinder nehmen wollen und Kinder zeugen wollen. An anderer Stelle heißt es dann, sie wurden schwanger und gebaren Riesen. Das äthiopische Buch Henoch ist auch eine jüdische Schrift, eine jüdische Mythologie. Die ähnliche Texte gibt es auch in Sagen des Judentums, die ziemlich eng an Henoch anklingen, auch im Buch der Riesen von Qumran. Ja, in dem Buch der Jubiläum, auch ein Apokryph, heißt es zum Beispiel, Henoch zeugte gegen die Wächter, also diese Engel, die mit den Menschentöchtern sündigen, denn jene begannen, den Menschentöchtern beizuwohnen, so dass sie befleckt wurden. Das bedeutet eben, dass diese Himmelssöhne, die Wächter, sich den Menschenfrauen näherten. Ja, warum das alles? Also in 1 Henoch, aber auch in jüdischen Sagen, wird beschrieben, dass diese himmlischen, da gibt es zum Beispiel auch in der Mythologie des Nahen Ostens Anunnaki und Anunnaku, da komme ich gleich in einer Folie mal drauf, aber diese himmlischen lehnten sich auf gegen ihren Chef, gegen Gott, schwirrten ein Eid, dass sie das durchführen würden, dass sie zur Erde kommen und sich mit den Menschenfrauen in Anführungszeichen verunreinigten und dass davon Gott nichts selber mitbekommen sollte. Ja, und da fragen wir doch einfach mal Gott persönlich, wir haben ja gerade schon mal Henoch und Gull gefragt und jetzt ist ja Gott dran, Henoch, Moses, Entschuldigung. Ja, da ist zum Beispiel ein Vorwurf, warum die Engel den Himmel verlassen haben, auf die Erde kamen, wie Menschen taten und Riesensöhne zeugten, also eben auch die Aussage, das ist, die Nephilim sind die Mischung aus diesen beiden Geschlechtern und in einer anderen Stelle hier unten heißt es, warum sie die heilige Stätte verließen und sich mit Weibern nach Menschenart verunreinigten. Also eben sind die Söhne des Himmels keine Engel gewesen. Es ist ja so, dass die alte jüdische Mythologie von Himmelssöhnen, von Wächtern und wie sie auch immer heißen mögen, in der christlichen Tradition die gefallenen Engel sind oder Dämonen, meinetwegen auch Höllendämonen oder der Teufel selbst, aber dass die Söhne des Himmels, die Engel, keine Engel waren, ich habe es hier durchgestrichen, so kennen wir sie ja alle, die asexuellen Wesen mit Flügelchen und vielleicht einer Trompete oder so. Da lesen wir zum Beispiel in der Bibel bei Hiob schon zum Beispiel, selbst seinen Dienern traut er nicht, zieht seinen Engel noch des Irrtums. Damit ist Jachwe, damit ist Gott gemeint. Das heißt, schon in der Bibel steht, dass er seinem eigenen Hofstaat gar nicht traut. Bei Jesus Sirach in einigen Gegenden der Welt ist das Teil des Alten Testamentes. Nicht ertrug er die Riesen der Vorzeit, die abtrünnig wurden in ihrer Stärke. Also da auch ein Vorwurf. Ja, im Buch der Jubiläen, das brauche ich jetzt nicht zu zitieren, da ist nochmal erwähnt, dass die Engel vom Himmel kamen und sich mit den Menschentöchtern einließen. Und das alles klingt ja nicht sehr nach Engeln, wie wir sie alle kennen. Wenn wir jetzt Weihnachten hätten, wäre es erstmal hier drin sehr kühl zum Glück. Nicht so heiß wie jetzt. Aber dann stellen wir die ja wahrscheinlich alle ganz gerne mal auf als Deko. Aber es ist wirklich traurig, aber es ist zum Heulen. Alle Engel, die wir, egal ob in jüdischen Märchen, in der Bibel, in apokryphen Texten oder anderen Texten des Nahen Ostens, die mit Engeln zusammenstehen, waren erstmal alle männlich. Sie sahen aus wie Menschen. Und da gibt es ja einige Schilderungen bei Hennoch, dass er, wo er sich umgezogen hat, aussah wie einer dieser Engel. Und dass sie halt von dem Körperbau körperlich sehr ähnlich waren, wie wir diese gefallenen Göttersöhne. Ja, Wächtersöhne Gottes, Engel, waren der Hofstaat Gottes. Es gab innerhalb dieses Hofstaates Rebellen eben jene, die vom Himmel kamen und sich dann halt den Menschenfrauen zuwandten. Ja, alle Engeldarstellungen, die wir kennen, sind natürlich dann falsch. Und ein Engel ist eigentlich, die Bezeichnung Engel von Angelus ist eigentlich nur ein Bote, ein Gesandter. Ein Bote des Heeren, ein Gesandter des Heeren. Ganz kurz dazu, zum Verständnis, ach nee. So, Sodom und Gomorra. Ja, da ist die Geschichte, Abraham, der macht da Camping in der Wüste mit seinen Schafen. Und da kommen dann drei Engel, die heißen Wächter oder auch genauer gesagt Malachien, Boten. Die wollen nach Sodom gehen, die haben da was munkeln gehört. In Sodom geht es zu, wie in Sodom und Gomorra. Und die wollten sich das halt persönlich mal ansehen. Und da treffen sie Abraham, der Läffe Not, der wohnt in Sodom. Und dann gehen die Engel halt nach Sodom und Lot bewirtet diese vermeintlichen Engel. Und interessant ist die Aussage im Buch Genesis, da steht, waren noch nicht schlafen gegangen. Also diese Himmelswesen, diese Engel, die in der christlichen Tradition ja körperlose Geistwesen sind, mussten also offenbar schlafen. Da waren sie noch nicht am Schlafen. Ja, dann geht es natürlich weiter. Die homosexuellen Männer von Sodom verlangten, dass Lot die Engel herausgibt, denn sie wollten mit ihnen verkehren oder beiwohnen, je nach Übersetzung. Also eben ein Hinweis darauf, dass diese Engelwesen tatsächlich leiblich aus Fleisch und Blut waren und uns entweder sehr ähnlich oder gleich waren. Da könnte man jetzt wieder einen Absticher auf die Schöpfungsmythologie machen, aber das möchte ich jetzt nicht. Ja, das Beispiel Google zeigt denen natürlich, wenn wir in Niphelem eingehen, haben wir erstmal zahlreiche Texttreffer und zahlreiche Bildtreffer. Das liegt daran, dass das Thema Niphelem und Giants, also Giganten, Riesen, in den USA ein Riesenthema ist. Und passt sogar ein Riesenthema. Und natürlich ist Google aus den USA und das meiste im Internet ist Englisch und es ist klar, dass man da viele Treffer hat. Ich habe mich mit Georgi unterhalten letztes Jahr, den Chuck Carlos von Engine Aliens von der Serie, der ja in Los Angeles wohnt und der sagte ja auch, das ist da richtig ein Hype geworden und hier oben diese beiden Herrschaften, die so dramatisch mit Fackeln im Wald rumkriechen, das sind Jim und Bill Vieira, die sind aus den USA und die haben eine eigene Serie inzwischen und zwar auf der Suche nach den Riesen, heißt die. Es gibt da glaube ich eine Staffel mit sechs Folgen und da fahren sie ganz dramatisch durch die ganze USA und suchen Riesen. Unten auch mal was ist ein Kinofilm. Aber in den USA ein großes Thema, aber da war ja noch mehr und zwar das Wichtigste eigentlich. Die Väter dieser Riesen, die Gottessöhne, eben die gibt es überall. Bei Hiob, bei Henoch, jüdischen Märchen, wie ich gerade sagte und die neue Jerusalemer Bibel, das ist eine Bibel, die ich oft benutze, weil sie so dick ist, weil die Hälfte davon Kommentare sind zu dem Text. Und da wird nochmal klar festgehalten, weil es ist eine sehr berühmte Bibel, dass diese Gottessöhne eben der Hofstaat Gottes sind. Und das ist doch schon wirklich völlig verrückt, wenn wir an Gott denken, er hat einen Hofstaat mit schönen Engeln und die lehnen sich gegen ihn auf und kommen auf die Erde, weil die Erdenfrauen so hübsch sind. Also für mich, was ich damals in der Schule lernte in Sachen Engelsglaube und Gottesglaube, ist das doch völlig widersprüchlich. Ja, es gibt natürlich im Asyrischen auch die Anunnaki und die Anunnaku. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Denn besonders interessant, das ist jetzt mal hier das Enua Elish, das ist ein babylonisches Schöpfungsepos, Epos der Schöpfung ist das übersetzt. Die sechste Tafel erzählt, wie Marduk, ein babylonischer Gott, die Götter aufteilte, 300 blieben oben, 300 blieben unten, also auf der Erde. Und da ist es wieder interessant, das haben wir ja auch in den jüdischen Mythologien, also die jünger sind als diese Texte aus Sumer und aus Asyrien und Arkadien, eben, dass sich diese Schar von Himmelswesen, hier sind es die Anunnaku, sich aufteilten, welche blieben oben und andere blieben unten. Und die, die unten, nach unten kamen, die kennen wir alle von Zechariah Sittin als Anunnaki. Zum Beispiel habe ich hier unten nochmal ein Vers zitiert. Daraufhin antworteten ihm, also dem Gilgamesch, das ist das im Gilgamesch-Epos, die Anunnaki, die einst Gefallenen. Das ist doch für mich ein klarer Hinweis, dass diese Anunnaki, wenn die hier im Gilgamesch-Epos als einst Gefallene bezeichnet werden, ein klarer Hinweis, dass wir diese mit den Söhnen Gottes, Göttersöhnen, Söhnen des Höchsten, Wächtern des Alten Testamentes gleichsetzen können, diese Anunnaki. Ja, im Psalm 82,6, das ist natürlich aus der Bibel jetzt wieder, steht auch, also als Psalm zu den Engelwesen, wohl habe ich gesagt, ihr seid Götter, ihr alle seid Söhne des Höchsten. Da ist also im Alten Testament schon ein Hinweis, verborgen in einem kleinen Psalmvers, dass diese Engelwesen eben auch als Götter oder eben Söhne des obersten Gottes angesehen wurden, wie die Anunnaki und die Anunnaku. Also, ganz klar muss man sehen, dass die altbiblischen Überlieferungen ganz klar da ihre Wurzeln haben. Ja, das ganze Treiben auf der Erde in Sachen riesenbrachten Chaos, die Gefallenen oder hier niedergestiegenen waren auf der Erde, sollten natürlich durch eine Flut vernichtet werden, sollte, Pünktchen, Pünktchen, denn Gottes Plan fiel ins Wasser und hier habe ich mal ein paar lustige Bildchen eingefügt, denn es wurde früher im 18. Jahrhundert gerne Fossilien, wenn man sie gefunden hat zufällig, als Lebewesen gesehen, die in der Sintflut umgekommen sind oder es wurde gesagt, diese Wesen konnten nicht überleben, weil dieses Bild soll es zeigen und hier unten, diese Saurier, dass die nicht in die Arche Noah passt. Man glaubte ja fest an die Arche Noah, so wortwörtlich, wie es in der Bibel steht. Die Apokalypse des Baruch, das ist auch ein Apokryph, Baruch hat mehrere Apokryphen geschrieben, da steht zum Beispiel beschrieben, dass über vier Millionen Riesen bei der Sintflut umgekommen sein sollen. Diese Angabe, ich habe da Fragezeichen hinter gesetzt, ist tatsächlich fraglich, gab es, wenn es diese Sintflut irgendwie zu einer bestimmten Zeit gab, nehmen wir mal 10.000 vor Christus einfach mal, gab es da überhaupt vier Millionen Menschen auf diesem Planeten, dass gleich noch vier Millionen Riesen dazu lebten, also diese Zahl halte ich für weit übertrieben. Ja, aber ganz interessant ist, es soll ja auch in späteren Zeiten nach der Sintflut, obwohl die Sintflut ja die Riesen vernichten sollte, die Nephilim Riesen gegeben haben. Da komme ich jetzt gleich nochmal auf modernere Berichte zu. Da gibt es interessante Sagen und Texte, und zwar der Fürst der Geister, den habe ich hier im Buch der Jubiläum mal zitiert, damit ist der Anführer der herniedergestiegene Gottessöhne gemeint. Man sagt auch heute Satan. Da heißt er noch Azrael oder Belzebub, gibt es auch den Namen, verschiedene Zeichnungen, wisst ihr wahrscheinlich alle. Ja, aber er sagte, er fuhr dann und so, die Sintflut, wir kommen und er dann zu Gott, ey, nee Gott, das ist nicht gut. Lass ein paar von meinen abtrünnigen Engeln, also den gefallenen Engeln, lass sie leben, damit nach der Sintflut noch ein paar da sind, die mich verehren, mich anbeten, also mit denen ich noch gut Freund bin. Ja, und das ist so ein Deal, den er dann abgeschlossen hat, und da ließ er etwa ein Zehntel der herniedergestiegenen Engel, ließ Gott dann leben. Eine andere Geschichte erzählt, auf der Arche Noah hat sich der Gott Og, der ist im Allentestament zu finden, auf der Arche aufs Dach gelegt, Moses, ach Moses, Noah hat es gar nicht mitbekommen, dass ein Riese auf dem Dach liegt, und hat so die Sintflut überlebt. Da gibt es noch eine andere Mythologie, dass er dann ein Verhältnis mit der Frau von Noah angefangen hat und da wieder neue Riesen aus entstanden sind. Aber eben, dass die Riesen zum Teil die Sintflut überlebten. Ja, das ist natürlich jetzt erstmal das Bild, selbst die Kleinkriege so eingebläut, wie ihr es hier auf diesen beiden und diesem Bild sehen könnt. So zeigen wir ja unseren Kleinsten, wie man sich das vorstellt, wie es in der Bibel war. Ein Holzschiffchen und alle gehen paarweise da rein und wunderschön, es fängt dann zu regnen und alle sterben, außer die auf der Arche. Hier mal so ein paar bibeltreue Darstellungen und hier Russell Crowe aus dem Film Noah, so ein Actionfilm, als Noah 2.0, da ist er ein Actionheld. Aber das ist eine unlöschbare Vorstellung, irgendwie in den Köpfen aller in der westlichen Welt. Wenn man sagt, Sintflut, Arche, mal mal auf, würde jedes kleine Kind direkt so was malen, gehen irgendwie in dieser Art. Aber da muss ich unbedingt einen kurzen Exkurs machen, denn das ist besonders interessant. Das sind jetzt hier diese beiden Bilder. Modelle einer Arche Noah von den Kreationisten aus den USA. Wenn ihr, werdet ihr wahrscheinlich nicht so erkennen können, hier ist sogar ein Tyrannosaurus Rex reingestellt. Die Kreationisten sind ja welche, die Bibel wortwörtlich nehmen, zum Beispiel auch, dass unsere Planet nur 10.000 Jahre alt ist oder vielleicht sogar nur 6, dass die Arche Noah so existiert hat, wie sie beschrieben ist und so weiter und so fort. Das ist aus diesem Film Noah und doch mal von Russell Crowe, der auch ziemlich diskutiert wurde in Sachen Bibel und Wissenschaft und in Sachen Bibelfundamentalisten, die es viel in den USA gibt. Hier werden, diese Bilder habe ich nicht eingefügt, an diesem Modell werden sogar Kinder geschult. Das ist ein Nachbau in Holland. Da hat einer in Milan die Arche nachgebaut. Aber wenn wir das mal nicht ganz so bibeltreu nehmen, so wie diese Bilder hier, so wie wir das alle kennen, da finde ich was faul, habe ich da mal unten so eingefügt. In der Bibel ist das ja als Kasten beschrieben. Diese beiden Zeichnungen entsprechen so mehr oder weniger der Realität, wenn man das übertragen würde aus dem Alten Testament. Die Sinnflutgeschichte, das ist die reine Fantasie. Aber dann gibt es natürlich Michelangelo, der in der Sixtinischen Kapelle in Rom hat er ja innerhalb von vier Jahren alles wunderschön bemalt. Ihr kennt wahrscheinlich die Finger, die sich berühren, die Schöpfung des Adam. Das ist ja auch davon. Und er hat auch die Sinnflut gezeichnet und auch die Arche Noah. Und die Arche Noah hat er von 1508 bis 15012 gemalt. Also nicht nur die Arche Noah, sondern diesen Bereich des Denkenfreskos. Und er hat die Arche Noah so gemalt. Vollkommen, völlig anders als alle Künstler zu seiner Zeit. Und vorhin und auch nach ihm. Und ich habe mich da gefragt, warum hat er vor knapp 500 Jahren, warum tanzte er so aus der Reihe? Da habe ich berechtigte Fragen. Ich habe mal Anführungszeichen da gesetzt. Denn im Gilgamesch-Epos, was erst 1872 erstmalig übersetzt wurde, und zwar die elfte Tafel, sofort auch die interessanteste, weil es ist die Tafel mit der Sinnflutgeschichte, mit der Arche da im Gilgamesch-Epos. Aber da ist die Arche Noah beschrieben von einem Würfel, umgerechnet von den Ellen, 60 Meter mal 60 Meter Kantlänge, wie ich hier habe da mal meine künstlerische Freiheit beim Malen ausgeführt hätte. Da frage ich mich, obwohl Michelangelo, der ja als Universalgenie sowieso gilt, ob er vielleicht schon Jahrhunderte vorher, vor der Übersetzung von George Smith aus dem Britischen Museum, das Gilgamesch-Epos irgendwie kannte, weil ich finde, diese Darstellung widerspricht tatsächlich völlig dem Kunstverständnis von damals. Ich weiß nicht, es ist ein kleiner Exkurs, ein kleiner Gedankengang, weil deshalb auch mal Fragezeichen berechtigte Fragen. Das Gilgamesch-Epos, ich glaube Vers 7 in der ersten Tafel, wird zuvor übrigens auch beschrieben, dass Gilgamesch ein Drittel Mensch und zwei Drittel Gott ist und übrigens elf Ellen groß war. Das ist sie, je nachdem, welche Elle wir nehmen, aber es könnten so fünf Meter, fünfeinhalb Meter sein, je nachdem, welche Ellenmaße wir da nehmen. Auch ein Riese wieder. Ja, von Mythenknochen und Kultobjekten. Ich habe Kultobjekten in Anführungszeichen gesetzt, denn es ist ja, ich komme gleich mal auf diesen Herren zu sprechen, es ist ja immer interessant, wenn etwas archäologisch seltsam ist, dann ist es ein Kultobjekt und dann kann man schon ein Schildchen dran machen, um es ins Museum zu stellen. Ja, in diesem altertümlichen Text eines römischen Geschichtsschreibers berichtet er zum Beispiel, dass Asien, Europa und Afrika in Weitinseln sind und die sind von Ozeanen umgeben. Hinter den Ozeanen gibt es einen unbegrenzt großen Kontinent. Damit also hinter dem Atlantik, das erinnert zugleich an Amerika natürlich. Und da soll es Menschen geben, die doppelt so groß sind als die damaligen Menschen. Also sagen wir mal drei Meter, wenn die im Durchschnitt vielleicht 1,50 damals waren, zur römischen Zeit der Durchschnittsmensch oder 1,60. Ja, und sie besaßen große Städte und lebten ganz anders eben als die Europäer. Ja, das ist interessant, das ist nämlich eben ein römischer Historiker, der wollte in diesem Buch auch belegen, dass Platon zum Beispiel mit der Atlantisgeschichte Recht gehabt haben kann. Er suchte da noch weitere Überlieferungen und so. Da fragt man sich natürlich, warum kannte er schon Amerika und berichtet von Riesen dort. Deshalb werde ich gleich nochmal über Riesen in Amerika sprechen. Ja, dieser gute Mann, der ist von der Universität von Oxford, der gräbt seit, ich glaube, 30 Jahren in Afrika, in der Namewüste, in Namibia und überall und hat dann in einem Trockensee in Botswana, hat er Faustkeile, Äxte, Schrägstrich, Schaber gefunden. Und da hält er einen in der Hand. Die sind so 30 Zentimeter groß. Hier sieht man ja die Hand und hier sieht man ja diese Objekte, die eindeutig künstlich sind. Und diese Objekte habe ich jetzt mal in diesem Bild, weil es viel besser ist, habe ich mal verglichen, denn sie sind als echt, sie sind 40.000 Jahre alt, ab 40.000 Jahre alt, während von Oxford 2009 haben sie das veröffentlicht, natürlich nicht als Fälschung angesehen, schließlich als einer ihrer Professoren ausgegraben. Und da sehen wir mal in dieser Hand hier und hier, wie groß die eigentlich sind. Für einen normalen Menschen, damit er damit arbeiten kann, schaben kann oder was schneiden kann. Und hier sehen wir nochmal die anderen. Und da die ja völlig überproportioniert sind und dort ausgegraben wurden, kann man natürlich, wenn es Grenzwissenschaftler wie wir sind oder zumindest ich bin, kann man natürlich spekulieren, das haben Riesen angefertigt. Oder wie es die etablierte Mainstream-Wissenschaft macht, das sind Kultobjekte. Denn unsere Vorfahren vor 40.000 Jahren in der Namib, in der Steppe von Afrika, hatten natürlich immer Langeweile und mussten große Steine bearbeiten, damit sie unhandlich sind und so groß sind, wo sie nichts machen könnten und sagen, guck mal hier, mein Höhlenfreund, wir haben hier ein Kultobjekt. Ah, schön, beten wir es mal an. Also bei solchen Themen denke ich immer, unsere dünn verbreiteten, dünn siedelnden Vorfahren hatten nichts Besseres zu tun, als ihre Zeit damit zu verschwenden, Kultobjekte anzufertigen, die völlig sinnlos sind. Und ja, Nevada, also ich habe hier einige Zeitungsberichte eingefügt, weil ich könnte davon stundenlang welche zeigen, sollen zum Beispiel Riesenknochen ausgegraben worden sein, auch mit Werkzeugen, die eben wieder zu groß waren. Und das sind natürlich, wie wir jetzt wissen, Kultobjekte. Die kommen nicht von Riesen. Aber die waren 3,35 Meter groß, 11 Fuß, also etwa 1,35 Meter. Einige waren sogar angeblich noch größer. Und es gibt da so Knochenfunde, da konnten sie an einer Elle und an einer Speiche hochrechnen, wie groß der jeweilige Bestattete worden gewesen sein muss zum Beispiel. Das ist jetzt ein Bericht von 1904. Hier ist ein Bericht von 1914 von dem gleichen Fund. Das soll eben einer dieser Schädel sein. Das ist ebenfalls in Nevada. Dieser Indianervolk, dieses Indianervolk, diese Pajuta-Indianer, die haben zum Beispiel in ihren Überlieferungen Geschichten, dass es ein Riesenvolk gab, das hieß Shitecha. Und die waren irgendwie total unfreundlich, diese Riesen. Die waren immer frech und haben die Indianer angegriffen und alles. Und es kam zu kämpfen. Und im Endeffekt haben die Indianer sich zusammengetan und diese ganzen Riesen vernichtet. Es gibt Höhlenzeichnungen von Riesen in Nordamerika und auch in Südamerika, aber in Nordamerika mehr. Das sind Funde dieser angeblich getöteten Riesen. Interessanterweise, vor allem die da unten rechts, liegt im Humboldt-Museum in Nevada, ist da tatsächlich ausgestellt. Und dieser hier ist vermutlich der gleiche. Das sind ältere Bilder aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts. Das ist ein sogenannter Mokassin. Der ist 60 Zentimeter lang. Der wurde ebenfalls bei diesen Riesenskeletten gefunden, wo damals die Medien darüber berichtet haben. Die Presse war natürlich dann auch später, er ist auch da ausgestellt. In Nevada, im Nevada State Museum, ist natürlich ein Kult-Mokassin, weil 60 Zentimeter große Schuhe, ich weiß nicht, ich mag es so vielleicht, hat natürlich kein Indianer damals getragen. Deshalb haben die sich den zusammengeflochten, um ihn was weiß ich, anzubeten oder so. Ja, schön ist auch dieses hier. Das ist ein Malstein oder ein Mühlstein dieser Zylinder hier. Hier sieht man die Hände und zwar habe ich das mal als Vergleich so gemacht. Das ist natürlich ein Kult-Objekt und nicht ein tatsächlich genutztes Artefakt von Riesen. Und zwar wird damit eigentlich Korn gemahlen. Hier habe ich mal aktuell von so praktischen Archäologie-Versuchen und hier aus Ägypten. Das werdet ihr wahrscheinlich kennen, da wird das einfach so gerollt, um eben das alles zu malen. Ja, und jetzt hat man da auch so einen großen Stein gefunden, so einen großen Mühlstein, der mehr als doppelt so groß ist, würde ich sagen, natürlich auch wesentlich schwerer. Frage ich mich, wurde das tatsächlich real benutzt von Menschen, die tatsächlich real so groß waren, eben den Nephilim, die auch die Sinnfurt überlebten, den Riesen, den Mischwesen? Oder ist das wieder eins, wie es eben die Archäologen sagen, Kult-Objekt, dass sie gesagt haben, so wir sind mit dem Malen des Korns oder des Mais fertig und jetzt lasst uns so ein Ding mal dreimal so groß anfertigen, um es einfach nur anzubeten. Also hier, ihr seht ja, wie klein die normalerweise sind. Ja, über drei Meter große Riesen in Frankreich, das ist aus La Nature, das ist so eine Art, eine Nature, die wir ja heute kennen, diese Zeitschrift aus Frankreich, diese hier, und zwar im Jahr 1880 erschien das. Das hier ist eine Speiche und das ist der entsprechende Knochen dieser Speiche, der ausgegraben wurde. Diese Speiche hier in der Mitte ist von einem normalen Menschen und das eben von Menschen, die über drei Meter groß gewesen sein sollen. Da gibt es hier, die habe ich hier mal abgebildet hier, sehr zahlreiche Presseberichte von diesen Funden in Frankreich. Ja, Gysi, ein Werk von Riesen, ich habe gedacht, das füge ich mal ein, denn es gibt auch Berichte aus dem vorvorletzten Jahrhundert, dass archäologische Grabungen Riesenskelette zutage gefördert haben. Ich frage mich immer, wo sind die heute alle? Aber diese ausgegrabenen Riesenmumien sollen bis zu 3,38 Meter umgerechnet groß gewesen sein und es waren 60 an der Zahl. Und da habe ich gedacht, ich füge mal das mit Gysi an, das ist hier ein Bericht aus der Arizona Silver World, die ist von 1885 dieser Bericht. Es gibt ja immer wieder die Aussage, Gysi, die Pyramide des Cheops und die anderen Pyramiden, seien von Riesen erbaut, wenn tatsächlich solche Skelette gefunden wurden mit Riesen in dieser Größe, ist das ein bisschen eng in den Pyramiden. Ihr seht mich hier in der, puh, in der roten Pyramide von Dachur, ihr seht da hier den Eingang, viele werden drin gewesen sein in den Pyramiden, 1,20 hoch, also Riesen können da nicht drin arbeiten, höchstens als Auftraggeber, aber rein passen sie nicht. Ja, jetzt ist natürlich interessant, dieser Professor Timmermann, wenn er tatsächlich da diese 60 seltsamen Riesenskelette ausgegraben hat, wie es da vor über 100 Jahren in den Zeitungen stand, wo sind die denn heute? Das möchte man natürlich wissen, in den Katakommen des ägyptischen Museums. Diese beiden Brüder, die ich gerade zeigte, die in den USA auf Riesenjagd sind, klappern natürlich auch die ganzen Museen ab und so, wo alle Anthropologen sagen, ach, verschwinde mit euren Riesenideen und Riesenhumbug. Aber dann gehen die zum Beispiel auch Spuren nach eben diesen Presseberichten, dass eben Riesenskelette ausgegraben wurden und dann habe ich ja gerade diese Bilder gezeigt, wo ist das? Und dann haben sie einen Brief gefunden zum Beispiel, dass das ans Smithsonian-Institut geschickt wurde und das hat dann tatsächlich die Eingangsbestätigung im Archiv vom Smithsonian-Institut gegeben für ein Skelett eines Riesen. Der kam aber, ja, doch, aus Kentucky. Ja, und dann waren sie da und haben mit dem Kurator gesprochen und der wollte von vornherein von dem Thema gar nichts wissen und war selbst so faul in den Archiven mal nachzusehen, ob das Skelett da überhaupt irgendwo ist. Aber 100 Jahre vorher hat das Institut den Eingang quittiert, dass es angekommen ist, aber ne, Riesen will ich nichts mehr zu tun haben. Als Kurator vom Smithsonian-Institut ist ja ein Hort des Wissens und der Weisheit. Da muss man natürlich aufpassen, mit was man sich beschäftigt. Tja, aber er wollte nicht mal nachschauen. Ja, hier ein weiteres Beispiel. In der Kentucky, Land der Riesen, es sollen Skelette von fast 2,70 Meter Größe gefunden worden sein, verglichen mit den Ureinwohnern von Amerika doppelt so groß. Es gibt aber da noch andere ganz interessante Berichte wie diesen hier. Hier unten, der ist 1876 in verschiedenen Zeitungen in den USA erschienen, dass es eben, dass da Riesen gefunden wurden, die ja fast 3 Meter groß waren. Und Jahre später hat das mal Ancient American im Jahr 2002 wieder aufgenommen, um die Story und tatsächlich Fotos davon veröffentlicht. Ancient American, gut. Jetzt kann man sagen, das ist ja eine moderne Zeitung aus moderner Zeit. Sie haben auch, das sollen eben diese Riesen sein. Dann etwas umfangreichen Artikel darüber geschrieben in dieser Ausgabe und fragten sich auch, wo sind denn die Knochen und die Überreste jetzt und haben auch hier diese abgebildet, diese beiden Bilder, diese zeige ich gleich nochmal genauer, und wollten da auch mal nachforschen. Aber auch Ancient American hat bis auf diese Fotos nichts weiter rausbekommen. Das ist der Eingang zu dieser Höhle, wo dann eben diese großen Wesen bestattet worden sind. Das sind Stoffbeigaben, die da ausgegraben wurden. Ja, das ist diese besagte Ausgabe, die Nummer 45 von 2002. Das soll eben auch eins von diesen Riesen sein. 2,44 Meter. Hört sich nicht spektakulär ja an, wie jetzt Gilgamesch mit 5,5 Metern oder so. Aber ist immer noch ein Riese eigentlich, gerade eben in der Zeit, wann er mutmaßig gelebt haben soll. Also nehmen wir mal zur Zeit der Indianer vor, der Ankunft von Christoph Kolumbus. Ja, Ancient American ist sicher, da es so viele Berichte gibt aus den Medien aus dem 18. und 19. Jahrhundert, den Zeitungen und so, Überfunde von Riesenskeletten, dass da was dran sein muss. Tja, beweisen konnte die Ausgabe das auch nicht. Hier nochmal Spekulationen, das ist zitiert aus der Ancient American. Ist das hier ein Muster, eine Schrift, eine Karte, schreiben die da, wissen das auch nicht. Das hier, das soll eine Gottheitdarstellung, die mit den Phöniziern da hingekommen ist. Wie sie da drauf kommen, weiß ich nicht. Ich habe da in Sachen Baal keine ähnlichen Darstellungen gefunden. Ja, seltsam ist vom Ende der Welt. Und zwar soll es natürlich auch Riesen in Mittel- und Südamerika, in der anderen Region und ganz Südamerika geben, eben in Patagonien. Die waren gleich 7,74 Meter groß. Dieser Zeitungsartikel von 1893 berichtet davon, berichtet aber auch von Riesen bei den Inka und Mayern, von solchen Skelettfunden und riesigen Schädeln. Nicht diese verformten Schädeln, die wir alle kennen, diese Turmschädel, sondern eben Menschenschädel, die größer waren. Ja, und dann gibt es natürlich auch Augenzeugen. Das werdet ihr alles nicht erkennen können auf diesen Karten. Aber das sind Karten aus verschiedenen Jahren. 645, 622, hier ist eine von 1562. Jeweils von, das ist immer Südamerika hier. Patagonien und Feuerland, Peru. Und da sind überall Gebiete eingezeichnet, in denen angeblich Riesen leben, die von den Seefahrern selbst gesehen wurden. Da gibt es Insel der Großen Männer, die gibt es übrigens auch vor Kalifornien. Region der Giganten, Berge der Giganten, Land der Giganten. Und da gibt es auch Augenzeugenberichte natürlich. Hier ist eine Vergrößerung von einer dieser Karten. Da werden gerade von Magellan, da unten in Feuerland, werden den Riesen Geschenke überbracht. Brot soll das sein. Genauso wie hier unten eine zeitgenössische Darstellung, ein anderer Eindecker. Magellan war ja der, der zuerst in Patagonien war, also in Südchile und in Argentinien und im Feuerland. Deshalb heißt sie die Straße auch Magellanstraße, wo eigentlich immer Sturm ist, zwischen der Aktis und Feuerland. Und der ging dann an Land und sein Chronist hat geschrieben, nach den Aufzeichnungen, das war der erste, der die Welt umsegelt hat, dass sie am Strand, als sie da lang segelten, schon einen Riesen gesehen haben sollen. Verschiedene Berichte, nicht nur Magellan, sondern eben auch der Entdecker John Byron, der sollte dort Ländereien erobern für Großbritannien. Es gab da Zankt mit Spanien und so. Ja, berichtete von Menschen bis 2,50 Meter Größe, die da noch lebten. Sie sollen sehr primitiv gelebt haben, sollen zum Beispiel Ratten gefressen haben. Einfach so, die auch an Bord rumliefen, weil sich einige von diesen Riesen mit auf die Schiffe genommen haben. Auch verstorbene Riesen, aber die hätten dann angeblich die Seefahrer dann vor Bord geschmissen, weil es Unglück bringt, einen Toten auf dem Schiff zu transportieren. Ja, der Name Patagonia bedeutet im Endeffekt Land der Menschen mit großen Füßen oder so, abgeleitet von Magellan. Eben da soll es tatsächlich noch zu historischen Zeiten solche großen Menschen gegeben haben. Ja, und zum Abschied, ich weiß gar nicht, wie ich in der Zeit liege, zum Abschied noch eine kleine Spekulation von mir, die ich natürlich so, auch von vorne beginnen sollte. Ja, da fühlen wir mal den Riesen auf den Zahn. Im Jahre 2010 wurde bekannt gegeben, dass eine neue Menschheit, in Anführungszeichen, entdeckt wurde, aber eine neue Spezies Mensch. Tobosapiens gab es ja und parallel dazu gab es ja den Neandertaler. Aber es gibt jetzt auch den sogenannten Denisova-Menschen. Der ist benannt nach dieser Höhle hier. Die liegt im Altaigebire, so im Südosten von Sibirien. Hier war ein Pfeil reingemalt. Und da wurde ein Zeh gefunden und ein Fingerglied, ein Fingerknochen und eben auch ein Zahn. Hier habe ich mal diesen Zahn abgebildet. Das sind offizielle Fotos des Institutes, das dort immer noch gräbt. Und dieser Zahn ist fast 50 Prozent, ist ein Backenzahn, größer im Querschnitt, im Durchschnitt, als der eines normalen Menschen. Also hier ist 14,7 Millimeter und ein normaler Mensch hat so 9,5 bis 10 Millimeter. Ja, als die Forscher den ausgegraben haben, die haben zuerst nur das hier im Erdreich gesehen und dann kommen die ja mit ihren Pinseln so an und das dauert eine Zeit, bis es freigelegt ist, dachten erst, das ist ein Bärenzahn. Es gab dann genetische Versuche, äh, Versuche nicht, genetische Analysen dieses Zahns. Gerade Zähne sind da ja besonders gut geeignet. Der Fund, der Zahn selber, ist etwa 30.000 bis 40.000 Jahre alt. Die Knochen gehören nicht zu dem gleichen Individuum, aber ist eben eine neue Art, eine neue Menschenart, die da entdeckt wurde und die mit dem Neandertaler und den normalen Homo sapiens gemeinsam liebten, aber genetisch eben verwandt waren. Klar, man denkt an die Out-of-Africa-Theorie, da waren ja alle ein bisschen verwandt, aber eben eine eigene Spezies waren. Ich frage mich jetzt natürlich, wieso, die Berichte sind darüber ziemlich zahlreich, immer nur recht trockene Berichte im Internet, warum ist keinem da mal irgendwie merkwürdig aufgefallen, dass dieser Backenzahn 50% größer ist, als von normalen Menschen? Na ja, da heißt es einmal ja gut, dann war der Unterkiefer größer. Na ja, wie sah der denn aus? Normaler Mensch mit zum Unterkiefer? Also ich weiß es auch nicht. Es ist natürlich zu hoffen, dass es da noch viele weitere Funde gibt, nicht nur jetzt in dieser einsam gelegenen Höhle hier im Altai-Gebirge. Aber ich finde das sehr seltsam. Die wurden übrigens, die Deutschen, also Deutsche machen da Ausgrabungen und das wurde auch in Deutschland alles analysiert. Und jetzt möchte ich doch noch mal ein bisschen spekulieren zum Schluss. Hier etwa wurde der Denisova-Mensch gefunden, der ja genetisch mit uns verwandt, aber trotzdem fremd ist. Und der Zahn ist 40.000 Jahre alt oder 30, so ungefähr. Und dann gibt es natürlich die Besiedlungstheorie von Amerika hier oben in der Eiszeit über die Beringstraße. Und jetzt finde ich sich ja ganz interessant, diese Idee, ist denn vielleicht dieser Mensch, dieser Riese, eben auch über die Beringstraße in Nordamerika, wo wir Indianer Geschichten haben und angebliche Skelettfunde von Riesen, nach Nordamerika, durch Südamerika, durch Mittelamerika nach Südamerika gewandert, denn die Maya erzählen von Riesen, die späteren Azteken aus dem 16. Jahrhundert und 15. Jahrhundert erzählen von Riesen. Die Fürsten und Könige und Herrscher der Inka waren angeblich Riesen, auch Inka-Mythen und Sagen erzählen von Riesen. Und natürlich zu allerletzt natürlich Feuerland, wo es ja noch im 18. Jahrhundert angeblich zu begegnen und mit 2,50 Meter großen Menschen gekommen sein sollen. Ich habe hier Fragezeichen eingefügt, denn da haben wir natürlich noch keine Funde von diesen Denisova-Menschen. Es ist natürlich jetzt eine verlockende Spekulation, so am Schluss, ob tatsächlich durch so eine Wanderbewegung, die sich immer mehr zurückzogen, man denke 1520, Aztekenreich wurde vernichtet von den Spaniern, die Riesen zogen sich immer weiter zurück, später kamen dann die Inka dran, da mussten sie in der anderen Region dran glauben, die Riesen, die Stammesführer, zogen sich weiter zurück, bis tatsächlich zum Ende der Welt, nach Feuerland und Patagonien. Nur eine Spekulation. Ich weiß es natürlich nicht, ich weiß natürlich auch nicht, ob es tatsächlich diese herabgestiegenen Astronauten der Vorzeit gab und dass deren Nachkommen Mitmenschen Riesen waren. Es wäre schön, wenn man es beweisen könnte, aber ich danke und bin dann jetzt mal fertig mit dem Vortrag. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020